black ops schießen nach eigenem ermessen neue runde neuglück hier seid ihr ach ich wollte nicht token gehen mann 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 wo kommen der arsch die nenn die arme ständig scheiß gesuche hier ein wichser älter naja verbündete drohne nähert sich ey leg mich doch am arsch alter ey was ist jetzt hier los ich habe so ja nicht oh komm hör auf schau im arsch, ey! Ey, die gibt's doch ja nicht hier. Verbündete Talon im Operationsgebiet. Ey, Kierkei O4, ey. Verbündete Hellstorm unterwegs. Ey, leg mich doch am Arsch mit deiner scheiß verfickte Granate. Äh, Rakete meine ich. Mh, Camperfotze, ey. Oh Mann, ey. Ist aber ne richtig Assi-Runde hier. Oh ja, oh ja. Oh ja. Oh, schade. Ja, ist klar. Naja, du kleiner Fisch, Alter. Hör ich hier auf den Sack, ey. Naja, die bewegen sich auch gar nicht hier, ey. Kann er mir nicht erzählen, ey. So ne scheiß Drecksrunde, ey. Nice. Wieder Kena, ey. Okay. Oh, wo ist denn der Penner? Sie will einen Sieg sehen. Sie will einen Sieg sehen. Ach, Mensch. Ich such den jetzt sicher, ey. Arsch, Alter. Oh, hier ist keiner, ey. Oh, hier ist keiner, ey. Die Drohne nähert sich. Zum Kotzen, ey. Echt. Ja, das sieht klar, du Fickseinn. Ein weiterer Sieg. Zurück zur Basis. Warte, ey. Warte, eine Drecksrunde, ey. Das war ja ja auch eine Scheine. Oh, Mann. Mal läuft das, dann läuft das wieder nicht, ey. Und ein Bug, ey. Oh, Mann. Ja, komm. Mach in die hier, ey. Oh, Stronghold Map. Na, die war ja auch mal schön. Die machen wir auf jeden Fall im nächsten Part. Haut da rein.